Hallo, hier ist wieder Ofenwurmeister Ingo von Haag und heute möchte ich euch wertvolle Tipps geben, worauf ihr zu achten habt, wenn ihr einen guten Kaminofen kaufen wollt. Anhand unseres Kaminofens werde ich euch zeigen, was echte Qualität bedeutet. Starten wir mit unserem Kaminofen-Korpus. Stellt euch vor, unser Kaminofen muss über viele Jahre hohe Belastungen aushalten. Gerade im Temperaturbereich von mehreren hundert Grad. Das macht natürlich unsere Verbindung, Schweißnähte und Verschraubung stark zu schaffen. Aus diesem Grunde haben wir einen sehr starken Spezialstahl ausgewählt für unsere Korpusse. Die machen zwar den Ofen schwer, aber super stabil. Und weil wir von unserer Qualität so überzeugt sind, geben wir auf den Ofenkorpus fünf Jahre Garantie. Und was das Besondere an unseren Gusstüren ist, erfahrt ihr später. Anders als andere Hersteller benutzen wir für unseren Feuerraum keine Schamotte und keine Wermekulitte, sondern unsere Spezialkeramik, die bei einer optimalen Verbrennung hell und rußfrei bleibt. Unter der Spezialkeramik kommt unsere Gussmulde zum Einsatz. Auf dieses robuste Bauteil legen wir bei HAG seit Jahrzehnten großen Wert. Die Gussmulde in Kombination mit der Spezialkeramik ermöglicht eine hohe Brennraumtemperatur und garantiert eine hohe Haltbarkeit unseres Feuerraums. Was einen guten Kaminofen ausmacht, ist eine saubere und umweltfreundliche Verbrennung. Da haben wir was Besonderes. Unser EcoPlus Verbrennungssystem mit eingebautem Feinstaubfilter. Unser Feinstaubfilter ist das Herz aller EcoPlus Geräte. Er ermöglicht eine schadstoffarme Verbrennung und hat sogar einen Wirkungsgrad bis zu 89 Prozent. Das finde ich unschlagbar. Hinter dieser Klappe befindet sich unsere Verbrennungsluftregelung. Unser Einhandregler. Mit einem Regler kann ich alle Verbrennungszustände steuern. Anheizen, einregeln und optimale Feuerung. Einfacher geht es nicht. Dass unsere Feuerstätten eine externe Verbrennungsluftzufuhr haben, ist selbstverständlich. Dies kann ganz einfach montiert werden durch den mitgelieferten Stutzen im unteren Bereich. Kommen wir zur Optik unseres Kaminofens. Nicht nur die inneren Werte zählen, sondern auch das äußere Erscheinungsbild unseres Kaminofens. Unsere Ofenkachel wird in unserer Manufaktur in Bayern in Handarbeit hergestellt. Und wer Naturstein mag, der greift auf unseren Speckstein zurück. Er ist massiv, speicherfähig und hat eine individuelle Maserung. Zu guter Letzt unsere Kaminofentüre. Massiv, aus Guss und designt, um perfekt zu fließen. Damit ein guter Kaminofen eine saubere Sichtscheibe und Spitzenwerte erreicht, muss er sehr dicht sein. Und dafür sorgt unsere Kaminofentüre. Und jetzt hört mal genau hin. Muss ich da noch mehr sagen? So, wie ihr seht, ein Haarkaminofen ist genau richtig für euch. Und braucht ihr ein Ersatzteil? Kein Problem. Und wenn ihr die Qualität selber testen wollt, besucht eines unserer Studios. Das war es mal wieder, euer Ofenbaumeister Ingo von Haar.